Der erste Deutschlandschuh ist fertig, der andere fast fertig. 54, 74, 90, 2014. Weltmeister, Germany, Gold, Silber, Schwarz, Rot, Gold. Der erste ist fertig, dreimal versiegelt. Ich finde der ist mega hübsch. Ich weiß nicht, warum ich so lange bei den Schuhen brauche. Ich muss so oft korrigieren, weil irgendwo welche Spritzer sind. Vielleicht behalte ich ihn auch selber, vielleicht wird auch zum Verkauf eingestellt. Der zweite ist auch auf dem Weg. Findet ihr ihn? Lasst mal ein Like da, wenn ihr ihn ganz cool findet.